Herzlich Willkommen hier bei We Love MMA. Heute gibt es mal wieder ein Porträt und zwar über den Kämpfer des Main Events vom 2. Oktober, Leo Lauber. Leo Lauber steht gegen Peter Niari am 2. Oktober im Käfig bei We Love MMA in Nürnberg. Heute gibt es das Porträt über ihn. Wir klären einige Fragen, wir schauen uns seine Karriere an und damit würde ich sagen, starten wir direkt in das Porträt. Wie kam Leo Lauber jetzt eigentlich zum Kampfsport und wann hat er damit angefangen? Das Ganze war 2012. 2012 hat er in Heidelberg in einer Disco als Barkeeper gearbeitet. In dieser Barkeeper, ja da kennen sich die Mitarbeiter untereinander und dort hatte ihn ein Türsteher angesprochen. Dieser Türsteher selbst war aktiver MMA-Fighter. Dieser hatte dann Leo Lauber angesprochen, hatte gesagt, hey du siehst gut aus, du siehst kräftig aus, komm doch mal vorbei zum Training. Und seitdem ist Leo Lauber ebenfalls aktiv im MMA-Geschehen und trainiert. Seine Stärken sieht er überall. Er sieht sich selbst als einen starken Allrounder. Nichtsdestotrotz fühlt er sich im Stand am wohlsten. Die Stärke seines Gegners sieht Leo Lauber auf dem Boden. Das heißt, er sieht sich selbst lieber im Stand. Seinen Gegner sieht er aber lieber auf dem Boden und dementsprechend, denke ich, verspricht das Ganze schon mal ein Feuerwerk. Leo Lauber trainiert achtmal die Woche, wenn er in einer Kampfvorbereitung ist. Das heißt, jetzt bereitet er sich auf seinen Titelkampf bei Wheel of MMA vor. Dann trainiert er achtmal die Woche. Außerhalb dieser Kampfvorbereitung bezeichnet er seinen Lifestyle. Nichtsdestotrotz ebenfalls als sportlich. Er hat noch einen Hund, mit dem er sich viel bewegt. Aber außerhalb der Vorbereitung werden es keine acht Einheiten sein. Im Juli haben die Vorbereitung für diesen Fight angefangen und für diesen Fight hat er auch das Team gewechselt, denn seit Juli bereitet er sich im MMA Spirit aus Frankfurt am Main vor. Das heißt, das ist sein erster Fight unter den Coaches aus dem MMA Spirit in FFM und damit hat er sich natürlich sehr, sehr kompetente Hilfe geholt. Er selber sagt, dass er noch nie Angst hatte, in einen Ring zu steigen oder in den Käfig zu steigen. Er sagt, Angst passt da nicht, denn wenn du Angst hast, dann machst du deinem Gegner ein leichtes Spiel, aber ein gesunder Respekt ist dennoch nach wie vor vorhanden. Und seine Message für alle jungen oder auch alten Leute, die in den Käfig steigen wollen, lautet, MMA ist ein unheimlich vielseitiger Sport, bei dem nicht nur die Physis, sondern auch der Kopf gefragt ist. Fleiß, Disziplin und Respekt sind sehr wichtig. Das sind drei sehr spannende Komponenten. Fleiß, Disziplin und auch Respekt. Diese Respekt-Komponente ist sehr, sehr wichtig und auch sehr spannend, dass er das nennt, denn es gehört nicht nur Respekt vor dem Gegner, Respekt vor der Situation dazu, sondern natürlich auch Respekt vor deinem Trainer oder auch Trainingspartner. Respekt ist überall im Leben das A und O. Er denkt, dass er den Kampf am 2. Oktober gewinnen wird. Seine letzten Worte an seinen Gegner lauten, ich freue mich auf einen fairen und unterhaltsamen Kampf. Das sind doch ein paar nette Worte zum Abschluss. Ich bin gespannt auf Peter Njari vs. Leo Lauber am 2. Oktober bei WeLoveMMA. Das war das Porträt über Leo Lauber. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.